Ja, hallo, es geht weiter. Ein 22-Jähriger stirbt bei Streit um schwangere Frau. Das Ganze hat in Sachsen-Anhalt stattgefunden und zwar sollen dort zwei Afghanen sich um eine Vaterschaft gestritten haben. Und dann soll ein Deutscher dazwischen gegangen sein und den hat es dann erwischt. Das Interessante kommt aber gleich wieder erst. Also diese zwei aus Afghanistan stammenden Männer sollen mit einer Frau gestritten haben, von wem sie schwanger ist. Also die haben sich darum geprügelt oder gestritten. Über die Frau wird hier nicht mehr ausgesagt, ob das jetzt eine Deutsche war, eine Afghanin oder aus Afrika. Und dann wären da zwei Deutsche hinzugekommen, wie das schon des Öfteren so war. Dann soll der Frau geholfen werden. Und dabei wurde dann wohl, wie er jetzt umgekommen ist, wird hier nicht näher beschrieben, der 22-Jährige getötet. Er soll deutscher Staatsbürger gewesen sein. Man weiß ja schon gar nicht mehr, was man darunter verstehen soll. Ich nehme mal an, es ist gemeint, ein richtiger Deutscher. Dann wurden die beiden Afghanen festgenommen. Jetzt kommt aber erst das Interessante, was auch langsam irgendwie witzig ist. Das Ganze hat ja in Sachsen-Anhalt stattgefunden, dieser neue Mord, was wir jetzt, wir haben das ja jetzt täglich oder Totschlag in diesem Fall. Das ist ja jetzt täglich. Und also der Bruder, der Bruder des Opfers hat seinen erschlagenen Bruder wohl noch kurz vorher im Krankenhaus besucht, bevor er verstorben ist. So verstehe ich das hier. Jetzt wird es aber interessant. Der Bruder soll ein vorbestrafter Rechtsextreme, also vorbestraft, rechtsextrem, ein vorbestrafter Rechtsextremer Intensivtäter sein. Also ich weiß jetzt nicht, was hier mit dem Bruder gemeint ist, ob damit der gemeint ist, der erschlagen wurde oder getötet wurde oder der, welcher ihn im Krankenhaus besucht hat. Auf jeden Fall wird hier schon mal angekündigt, dass das Ganze auch ganz anders gewesen sein könnte. Wir wissen ja mittlerweile, dass Geschichten konstruiert werden. Das haben wir ja jetzt ganz klar erkannt. Es werden Geschichten erschaffen, die so gar nicht stattgefunden haben. Und ich nehme mal an, dass man hier schon mal anmerkt, dass einer der beiden Brüder vorbestrafter Rechtsextremer Intensivtäter ist oder war. Da will man schon mal den Hinweis geben für die Geschichte, die möglicherweise kommen wird. Nämlich, dass die beiden schuld sind. Da hat es jetzt viele Aufrufe gegeben zu Trauermärschen. AfD, die Rechte, die FAP, Pegida wahrscheinlich, haben zu einem Trauermärschen aufgerufen. Mal schauen, was das wieder gibt. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile diese Vorkommnisse täglich, kann man wirklich schon sagen. Also man muss ja immer davon ausgehen, dass man von vielen Vorkommnissen auch gar nichts erfährt. Deswegen kann man das jetzt langsam ruhig darauf bringen, dass man sagt, diese Dinge finden jetzt täglich statt. BELLAR